Was war... Was ist gerade passiert? Und damit Hallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu... Zurück in die Zukunft! Teil 2 mit Marty, McNiko und Handsome Peter. Kapitel 14, in die Zukunft. Äh... Ah, wo bin ich? Wurde ich mitgerissen? Ich kann mich... Warte, wie der Ohnmacht... Oh, tja, das ist die Zukunft, Leute. Guckt es euch an, das passiert, wenn man die CDU wählt. Sorry. Sorry. Ich konnte nicht anders. Verzeihung, dass ich dich warten ließ. Meister Dialga, ich hatte zwar mit mehr Schwierigkeiten als erwartet zu kämpfen, doch letztendlich gelang es mir, sie zu fassen. Ja. Puh. Mir ist völlig klar, was getan werden muss. Wer den Verlauf der Geschichte verändern will, muss aus der Geschichte getilgt werden. Ich werde auch sofort in Angriff nehmen. Ich verstehe, wie du wünschst. Entschuldige mich. Hey, Peter. Wach auf, Peter. Hä? Wo? Du bist wach. Dieser Ort. Ich glaube, das ist ein Gefängnis. Ich bin noch nicht lange wach, also weiß ich nicht sicher, was los ist. Aber ich sehe ein Gitter und Steine um uns rum. Ich glaube, das ist ein Gefängnis. Ich habe versucht, die Türen zu öffnen, aber sie sind abgeschlossen. Es scheint sonst keinen Weg nach draußen zu geben. Ich glaube, wir sind eingesperrt. Hm. Was ist hier los? Ist er eingesperrt? Ich weiß auch nicht, was los ist, aber ich kann versuchen, das herauszufinden. Okay. Hm-hm. Gitter. Jo. Peter versucht, die Türen zu öffnen. Sind zu. Hm. Das bringt nichts. Nico hat recht. Die Türen gehen nicht auf. Wir sind wirklich eingesperrt. Hm. Wie sind wir hier gelandet? Ich glaube, es war so. Zwölfens hat uns gepackt. Dann hat er uns in das dimensionale Loch gezogen. Was? Warte mal. Ist das hier also vielleicht... Ist das die Zukunft? Wo wir im Knast sind? Aber das ist... Ich kann das nicht glauben. Ich meine, das hier soll die Zukunft sein? Warum sind wir überhaupt hier? Äh, aber ich habe noch nie einen Raum gesehen, der so wie dieser gebaut war. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht ist da wirklich die Zukunft. Hm. Ah, Peter. Sind wir wirklich in der Zukunft gelandet? Was sollen wir denn jetzt tun? Also, wenn das hier die Zukunft ist, sollen wir dann wieder in unsere Welt kommen? Da, guck mal, das Tor ist auf. Oh. Sie sind wach. Das kommt gerade recht. In Ordnung. Lasst uns das schnell erledigen. Schnell erledigen? Was denn? Sie haben mir die Augen verbunden. Ich kann nichts sehen. Was für krankes Spiegel treiben die? Mitkommen. Aua, schubst du mich nicht so. Mit verwundenen Augen weiß ich nicht, wohin wir gehen. Wo bringen sie uns bloß hin? Wir sind da. Aha. Oh, was? Wo bin ich? Nein, sie haben mich gefesselt. Ich kann mich nicht bewegen. Warum passiert das alles? Hm. Hey. Wieso haben wir Spotlights? Bin ich froh, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Hä? Ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet. Ich kann euch wohl leisten, so ruhig zu bleiben. Hä? Die Stimme kam von dort drüben. Reptane! Ihr zwei. Habt ihr auch nur einen Schimmer, wo ihr seid? Nein. Ihr seid in einem Gefangenenraum. Sie wollen uns ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Was? Die klauen uns unseren Lebersamen? Uns aus dem Weg räumen? Moment mal. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum sie dich loswerden wollen, Reptane. Aber warum uns? Wir haben nichts falsch gemacht. Hä? Das ist mir sowas von egal. Irgendwas müsst ihr getan haben, dass sie nicht dulden können. Was? Wir haben nichts Falsches getan. Denk bloß nicht, dass wir wie du sind. Das ist mir egal. Tja. Während du noch dabei bist auszuflippen, sind sie bereits auf dem Weg. Und da sind sie auch schon. Die Foltermeister. Hihihihi. Zing. Ah, wer ist das? Das sind die Gefängniswerte, die hier ihre schmutzigen Jobs verrichten. Zufällig sind sie auch die Untergebenen von Zwirfinst. Was? Untergebener des großen Zwirfinst? Hey, da ist Zwirfinst. Wer hat das Zwirfinst? Die drei wurden an die Pfähle gebunden. Gut. Zwirfinst, ich bin es, Nico. Sehr gut, Zubiris. Diese drei, sie müssen aus dem Weg geschafft werden. Was? Beachtet sie nicht. Macht euch bereit. Nee, he, 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 he. Kuzing. So, einfach wartet Zwirfinst. Was ist mit dir los? Warum tust du uns das an? Spart euch eure Atem. Seid lieber still, psch. Sprecht leise, damit sie euch nicht hören können. Ah, leise sprechen? Ihr zwei, wenn ihr hier rauskommen wollt, dann müssen wir zusammenarbeiten. Was? Mit dir, Raktane? Ihr habt keine Zeit, zu lange zu überlegen. Oder wollt ihr lieber hierbleiben? Was ist der Duda? Hä? Äh, 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 oh, ich hab grad voll gar nicht zugehört. Was, was ist los? Hey, sag mal, fällt dir irgendwas ein, das du tun könntest? Ähm, ich kann Glut spucken. Nein, das kommt nicht in Frage. Ich bin Feuerpokémon. Ähm, Item einsetzen, Attacke nutzen, angreifen. Attacke nutzen, Glut. Eine Attacke? Das könnte klappen, aber... Nein, das bringt nichts. Wir sind gefesselt und wir können uns nicht... Glut kommt aus dem Mund, du... Soll was sein, dass man sofort einsetzen kann? Äh, hm, das ist keine große Hilfe. Ähm, angreifen. Das ist es, das klappt. Das klappt nicht. Angreifen klappt, aber Attacke einsetzen, das klappt nicht. Wenn es nur ein regulärer Angriff ist, kann ich auch mitmachen. Gut. Wir sind jetzt bereit. Wir haben unsere Klauen... ...geschärft. Sehr gut. Aber seid bis zum Ende wachsam. Lasst sie nicht aus den Augen. Vor allem nicht diesen Reptane. Nee, 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 nee. Kötting. Beginnt jetzt. Nee, 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 nee. Didim, sie kommen. Hört gut zu. Zibiris schlagen wieder einen Clown zu. Oh, das klingt scheußlich. Genau das könnte uns die Flucht ermöglichen. Die Zibiris werden Kratzführe hier einsetzen. Das ist unsere Chance. Weil Trefferquote so 20%, werden sie uns angreifen und dabei die Seile trefft, mit denen wir gefesselt sind. oh genau, die Seile könnten sich lösen genau, und wenn das passiert startet ein Angriff und flieht aber, was wenn ihre Kratzfüri die Seile nicht erst schneidet ja, dann treffen die uns auch nicht was wenn, was wenn die Zubiris gar keine Kratzfüri einsetzen hört doch auf zu zweifeln die haben ihre Klauung geschafft, komm das passiert wenn das passiert, nicht auszudenken oh fuck, Alter, mein Bauch wird aufgeschlifft oh, haltet durch, wartet auf eure Chance aber wenn sie weitermachen Dann sind wir erledigt, bevor unsere Chance kommt. Alter. Hey. Da ist ein Riss im Seil. Jetzt. Angreif. Angreifen. Angriff. Los. Kpau. Was ist das? Was soll die Scheiße? Da. Ähm. Rauchbombe. Ah, wir können nicht sehen. Reißt euch zusammen. Es ist nur ein Strahlorp. Der Effekt lässt bald nach. Hä? 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 Dingsrecken? Habt ihr... Verflucht. Dieser Raptan. Er ist unter der Erdeckung des Lichts aus dem Strahlorp geflohen. Damit kommen sie nicht davon. Wir hatten einen Flea-Opt dabei. Den hätten wir einsetzen können. Klupp. Hä? Okay, Raptan mit Schaufler verstehe ich. Aber wir zwei? Boah, ich hab Dreck im Mund. Wir hätten uns auch einfach hinter den Säulen verstecken können. Mhm. Wir sind in Sicherheit. Raptan beherrscht also die Attacke Schaufler? Er kennt wirklich viele Attacken. Wir sind entkommen. Aber wir sind noch lange nicht in Sicherheit. Lass uns abhauen. Aber schnell. Wir speichern mal noch nicht. Kommt hier lang. Wir müssen weitlaufen. Müssen wir den Ausgang erreichen. Kommt schneller. Macht schon. Ich kann nicht schneller. Hör auf mich herum zu kommandieren. Wie auch immer, Raptan. Was? Ist das hier die Zukunft? So ist es. Du schaltest schnell. Also tatsächlich. Werden wir in unsere Welt zurückkehren können? Wer weiß. Wir müssen fürs Erste einfach weg hier. Wenn sie uns fangen, wird das eure geringste Sorge sein, wie wir zurückkommen. Lauft schneller. Ich kann nicht. Ich bin fix und fertig. Wir sind fast da. Seht, der Ausgang ist gleich da. Fuck. Raucherlunge. Geschafft. Wir sind draußen. Was ist das? Das Bild haben wir schon sehr oft gesehen. Die Steine fliegen einfach in der Luft. Ist das unsere Welt? In der Zukunft? Die Felsen schweben. Keiner bemerkt es auch. Das ist ein wirklich merkwürdiger Ort. Das ist schrecklich dunkel. Es weht nicht mal der Wind. Es ist, als ob alle Bewegungen... Es ist, als sei alles erstarrt. Genau. Was? Nee. Ich höre die Zubiris. Wir müssen weiterlaufen. Fuck. Hör mal, Reptile. Ich bin geschafft. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wenn wir uns kriegen, sind wir dran. Haltet durch und lauft. Das ist leicht gesagt. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. Okay. Zu, zu. Fuck. Hier ist eine natürliche Ausbildung. Das sollte uns vor ihren Blicken schützen. Wenn wir uns kurz ausgeruht haben, sollten wir uns wieder auf die Beine machen. Moment mal. Im Gefangenenraum haben wir mit dir zusammengearbeitet, weil wir keine Wahl hatten. Aber wir haben nie gesagt, dass wir danach mit dir kommen würden. Einen bosen, bösen Pokémon wie dir werde ich auf keinen Fall über den Weg trauen. Nico. Ich bin also der Bösewicht. Und dieser Zwölfwins ist der Gute? Wie erklärt ihr euch dann das Verhalten von Zwölfwins? Sie wollten nicht nur mich. Sie wollten euch auch loswerden. Aber das heißt nicht, dass wir dir vertrauen sollten, Reptain. Es ist anscheinend nicht leicht, euer Vertrauen zu gewinnen. Ich dachte, dass es helfen würde, Verbündete zu haben, aber ohne Vertrauen ist es sinnlos, gemeinsam weiterzumachen. Gehen wir getrennte Wege. Ich mache, dass ich weiterkomme. Ihr solltet das auch wieder auf den Weg machen. Tschüss. Warte mal. Du sagst, wir sollen bald weitergehen, aber es ist jetzt dunkel draußen. Man kann kaum sehen, wo man hingeht. Wieso sollen wir nicht warten, bis der Morgen wird, anstatt sofort aufzubrechen? Weil wir verfolgt werden, du spaßt. Können wir nicht warten, bis es hell wird? Das ist nicht möglich. Ich sage es nicht gern, aber es wird niemals morgen. Was? Diese Welt, eure Zukunft. Sie ist eine Welt von immerwährender Dunkelheit. Die Sonne geht nie auf, also kommt kein Morgen. Die Dunkelheit dauert in alle Ewigkeit fort. Warum? Weil der Planet gelähmt wurde. Der Planet ist gelähmt? Die Lähmung des Planeten? Die Lähmung des Planeten? Ah ja, ich erinnere mich. Zürfens hat uns die Lähmung des Planeten beschrieben. Ja, und so war das. Kein geringer Plan als die Lähmung des Planeten. Die Lähmung des Planeten? Ja. Wenn ein Planet gelähmt wird, hört jede Bewegung auf ihm auf. Wenn ein Zahnrad der Zeit entfernt wird, verlangsamt sich der Fluss der Zeit in der jeweiligen Region. Je mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, desto größer das Gebiet. Schließlich wird der Fluss der Zeit so langsam, dass sie ganz zum Stillstand kommt. Am Ende verfällt der Planet in einen Zustand vollkommener Lähmung. Wenn der Planet gelähmt ist, was geschieht da mit der Welt? In einer Welt, in der die Lähmung des Planeten eingetreten ist, sind alle tot. Nun, es weht kein Wind. Es wird nie wieder Tag. Es wird weder Frühling noch Sommer. Es ist eine Welt von niemals endender Dunkelheit. Genau, mein Fetisch. Man könnte es, ohne zu übertreiben, als den endgültigen Untergang der Welt bezeichnen. Die Lähmung des Planeten? Ja, dieser Ort passt auf die Beschreibung von Zwölfinst. Aber trotzdem. Wir haben doch die Zahnräder zurückgebracht. Es ist schwer zu begreifen, wie der Planet in der Zukunft gelernt werden konnte. Ersteht euch, Frau, mir zu glauben oder eben nicht? So oder so rate ich euch hier möglichst zu verschwinden. Ich gehe. Lasst euch nicht von der Tobias fangen. Tschüss. Äh, Peter, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. War es nicht so, dass die Lähmung des Planeten durch die fehlenden Zahnräder ausgelesen werden sollte? Darum wollten wir Reption davon abhalten, sie zu stehlen. Wir haben doch alles getan, was zu tun war, oder? Selpho und die anderen sagten, sie würden die Zahnräder der Zeit wieder dahin bringen, wo sie hingehören. Das hätte die Lähmung des Planeten verhindern müssen. Aber es war anscheinend alles umsonst. Der Planet in unserer Zukunft ist immer noch gelähmt. Aber warum? Ach, ich weiß nicht mehr, wem oder was ich glauben soll. Nee, 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 nee. Oh, die Tobias. Also wir können hier nicht bleiben, Mann. Machen wir uns schnell fertig und verschwinden. Jo. So, wir lagern. Einen Samen und Apfelsinnelbeere. Oh, die Musik ist geil. Oh, ich liebe es. Wir brauchen noch einen Belieber-Samen. Gut. Dann würde ich sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao. Ciao. Ciao.